Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörer. Wir haben einiges zu besprechen an diesem Sonntag, dem 21. Januar 2024. Denn auch in der vergangenen Woche und ganz speziell in der vergangenen Woche sind Dinge passiert, die, um es mal in Theatersprache zu sagen, Premierencharakter hatten. Man könnte auch sagen Grenzüberschreitungen, Dammbrüche, Abstürze ins Bodenlose. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, hier die Werbung. Die Winkelmann-Gruppe betreibt im nördlichen Sachsen-Anhalt Apotheken und Pflegedienste und ist ihr kompetenter Ansprechpartner für die Versorgung mit Medikamenten sowie für die Betreuung pflegebedürftiger Patienten. Mehr Informationen gibt es im Internet unter winkelmann-gruppe.de und Winkelmann wird mit ck geschrieben. winkelmann-gruppe.de Und da wir gerade bei der Werbung sind, möchte ich Sie, liebe Hörer, herzlich bitten, Werbung für den Kontrafunk zu machen. Wir haben dafür eine Menge Poster und Plakate und Transparente und Flyer und Aufkleber produziert. Die können Sie alle bestellen in unserem Shop unter shop.kontrafunk.radio. Und wenn Sie irgendetwas Spezielles haben wollen, eine Sonderanfertigung oder ein gemischtes Sortiment von allen Sachen, dann schreiben Sie mir gern an info.kontrafunk.radio. Und ganz speziell für Literaturliebhaber erlaube ich mir noch den Hinweis, dass der Kontrafunk auch ein Verlag ist. So haben wir mit Monika Maron schon zwei Hörbücher produziert, zwei Boxen mit vier beziehungsweise fünf CDs darin. Und zwar ist das zum einen eine Sammlung ihrer wichtigsten Reden mit dem Titel Was ist eigentlich los? Und zum anderen hat Monika Maron ihren jüngsten Roman Das Haus exklusiv für uns eingelesen. Eine Geschichte über das Altern und das Mutfassen für einen Neuanfang. Und dann gibt es auch noch ein Büchlein von mir, Medienmärchen, das vom Verfall des Journalismus handelt und eigentlich schon fast 30 Jahre alt ist. Aber es scheint, dass das damals nur ein Anfang, ein Vorschein der heutigen Misere gewesen ist, weshalb die Märchenanalysen von damals auch heute noch interessieren können. Das fand jedenfalls Uwe Tellkamp, der ein frisches Vorwort dazu geschrieben hat. Und Sie finden das alles unter shop.kontrafunk.radio. Und nach so viel Eigenwerbung kommen wir jetzt zur Sonntagsrunde mit einer wirklich weitgespannten Besetzung. Ich begrüße zuerst mal in Wien die Historikerin Gudula Walterskirchen. In der Nähe von Stuttgart am Rand der Schwäbischen Alb den Bestsellerautor und Finanzexperten Marc Friedrich. Und im kalifornischen Stanford, der berühmten Universitätsstadt, den Literaturwissenschaftler und Philosophen Hans-Ulrich Gumbrecht. Ja, wir erleben in Deutschland gerade eine neue Phase des kulturellen Bürgerkriegs zwischen den Ja-Sagern und den Widerständigen, zwischen den Braven und den Aufmüpfigen, zwischen den Gläubigen der Regierungsnarrative und den Heretikern, den Kritikern. Und letztlich auch zwischen denen, die den Schuss nicht gehört haben und denen, die die Zeichen richtig deuten. Die Zeichen, wenn immer mehr Migranten immer mehr Straftaten begehen und man sich im eigenen Land nicht mehr zu Hause fühlt. Jetzt hat eine regierungsfinanzierte Aktivistentruppe eine Konferenz von Kritikern der hemmungslosen Zuwanderung ausspioniert und daraus eine Art Hologramm von staatsfeindlichen Umsturzplänen gemacht und an den Medienhimmel projiziert. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Die Klasse der Wohlgesinnten setzt sich in Trab und demonstriert gegen Faschismus, gegen Rechts und gegen die AfD. Es sind dieselben Leute, die auch gern Masken tragen und sich impfen lassen. Bevor wir uns näher mit den deutschen Dingen befassen, eine Frage an Hans-Ulrich Gumbrecht. In den USA wird bekanntlich Meinungsfreiheit ganz groß geschrieben, Aber dort gibt es doch auch dieses selbstherrliche Faktencheckertum, das gern auf die wirtschaftliche Vernichtung des Gegners zielt. Wie stark sind diese Organisationen? Ich denke, zunächst mal muss man feststellen, dass Faktencheckertum kein spezifisches Phänomen unserer Gegenwart ist. Das Wort ist ein spezifisches Phänomen der Gegenwart. Aber es hat natürlich in jedem historischen Moment Gruppen gegeben, Individuen gegeben, die ihre Meinungen als Fakten verstärken wollten und als Fakten präsentiert haben. Das scheint mir auch ganz normal zu sein. Ich denke, die Frage, die relevant ist, die Frage, an der sich etwas verändert hat, ist die Frage, mit welcher Autorität ein solches Faktencheckertum ausgestattet ist und sich präsentiert. Die weitere Frage ist, ob der Staat seine ja zum Teil auch gesetzlich festgelegte Autorität benutzt und benutzen darf, um bestimmte Positionen zu präsentieren und zu verstärken. Weil Sie mich über die amerikanische Situation gefragt haben, der rechtliche Bezug ist immer das First Amendment, also der erste Zusatz zur amerikanischen Verfassung. Und da steht bekanntlich, das sind immer negative Sätze, dass der Staat irgendwelche Argumente der Religion nicht benutzen kann, um irgendwelche Religionen zu verstärken. Das wird aber heute so verstanden, dass der Staat, also wörtlich steht da Congress, also eigentlich die Legislative, dass der Staat seine Stärke nicht benutzen darf, um einzelne Positionen sozusagen in seinem Namen vorzustellen, sondern der Staat hat die Verpflichtung, durch Enthaltsamkeit mit eigenen Positionen die Pluralität der Positionen zu schützen. Ich denke, der amerikanische Staat, auch in der heutigen Situation, auch mit einem demokratischen Präsidenten, fühlt sich verpflichtet, die Meinungen des Wahlkämpfers Trump zu schützen. Der muss seine Meinung artikulieren dürfen, das muss möglich sein. Es ist dann eine andere Frage, ob, wenn ein Donald Trump gewählt würde, er Zugang zum Präsidentenamt haben könnte. Das ist eine andere Frage. Aber dass er sich darum bewerben können muss, selbst wenn er offiziell und explizit sagt, dass er gegen die parlamentarische Demokratie ist, das steht außer Frage. Diese Position muss geschützt werden. Das ist der Sinn des First Amendments. Und ich denke, diese Position wird in den USA bis heute, obwohl ja immer die Presse über die USA in Deutschland sehr schlecht ist, geschützt. Also ich denke, zu Trump werden wir gleich noch kommen. Ich will doch noch mal ein bisschen bei den Faktencheckern bleiben. Überhaupt. Deswegen habe ich auch die Frage so in Richtung USA gestellt. Scheint mir das ganze System ja von dort zu kommen. Also es gibt, wir haben es erlebt, während Corona natürlich diese massenhaften Löschungen von YouTube. Da können also Medizinprofessoren sagen, was sie wollen, weil es einfach von oben herab verordnet wurde. Alles, was dem und dem Narrativ widerspricht, wird gelöscht. Und dann kam ja die Sache ans Licht, unter anderem dank Elon Musk, der Twitter übernommen hat und der gesagt hat, wir räumen da jetzt mal auf. Gudula Walterskirchen, Sie haben ja das alles auch hautnah mitverfolgen können. Wollen wir mal ganz kurz innehalten und eine Bestandsaufnahme machen. Wo sind wir denn jetzt mit der Cancel Culture? Ich kann eigentlich mit diesen Faktencheckern überhaupt nichts anfangen, denn es ist eigentlich die ursächliche Aufgabe von Journalismus immer gewesen, zu überprüfen, ob das, was die Mächtigen, die Politik, Wirtschaftsmagnaten oder wer auch immer, Macht besitzt, ob das denn auch richtig ist, ob das im Sinne der Bürger ist und das zu hinterfragen. Also das heißt idealerweise auch aufgrund von Sachkenntnis. Also man ist fassungslos, welches Unwissen da oft vorhanden ist und mit welcher Nonchalance und Überheblichkeit hier geurteilt wird, was ist jetzt wahr und was ist falsch. Also auch mit diesem moralischen Impetus, der da noch mitschwingt. Und das ist schon eine relativ neue Erscheinung, zumindest in Europa. Und ich weigere mich, diese Instanzen ex cathedra zu akzeptieren, weil das ist Aufgabe des Journalismus insgesamt und das darf auch jeder Bürger selbst entscheiden. Und das ist ja alles, was nicht links ist, ist ja mittlerweile rechts und rechts radikal nicht. Das ist ja die Masche, die da passiert. Und das tötet natürlich den demokratischen Diskurs. Jetzt das gilt ja, glaube ich, für die USA in ähnliche Maße, aber in Europa ja natürlich auch ganz besonders. Wie willst du dann noch offene Diskussionen führen, wenn sich jeder überlegt, ja darf ich das überhaupt noch sagen, auch wenn das meine Meinung ist? Also alles, was nicht genehm ist, wird entweder als Fehlinformation oder eben als Hassrede abgestempelt. Marc Friedrich, gegen Meinungen und eben nicht nur Meinungen, sondern auch gegen Positionen, die auf harte Fakten gestützt sind, das wird alles kriminalisiert. Sie kennen das auch. Ja, leider, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, dass der Meinungskorridor sich immer weiter verengt. Dann wird man sofort als rechts diskreditiert diffamiert, weil man möchte sich nicht mit den Argumenten auseinandersetzen, weil dann natürlich die Diskussionsgrundlage sofort im Keim erstickt wird, weil die Gegenseite keine Argumente hat. Und ich bin überzeugter Demokrat und ich muss einfach sagen, wir dürfen doch eine schlechte Politik dieser, ich nenne sie immer ein bisschen despektierlich, Hampel-Regierung definitiv kritisieren, weil es ist die schlechteste Regierung, die unfähigste Regierung, die inkompetenteste Regierung, die wir zu meinen Lebzeiten auf jeden Fall gesehen haben, die den Wohlstand vernichtet, die die Menschen spaltet, die verzweifelt ist und weil sie verzweifelt ist, eben versucht, die anderen Parteien zu diskreditieren oder die Menschen zu spalten. Wir dürfen nicht vergessen, die AfD hat doch nur diesen Höheflug, weil die Ampel so schlecht ist, weil wir einen verfassungsfeindlichen Bundeshaushalt haben, weil wir eine katastrophale Energiepolitik sehen, weil wir vor einem Scherbenhaufen der grünen Transformation sind, weil wir eine Deindustrialisierung sehen, weil wir ein Heizungsgesetz haben, das die Bürger aufbringt, weil sie ihr hart erarbeitetes Geld nicht mehr zusammenhalten können, weil die Rente nicht mehr reicht, weil die Migrationspolitik zusammengefallen ist. Sie sehen also, die Liste ist ellenlang. Und dann versuchen sie jetzt völlig verzweifelt abzulenken, weil eigentlich ist die jetzige Regierung, die jetzige Politik, und Merkel war auch schon daran schuld, ich weiß, ist aber eigentlich Brandstifter und Feuerwehr in einem und spielt sich auf. Aber weil sie Angst haben, weil sie die Parteien jetzt sozusagen spalten oder dezimieren und die AfD so stark machen, versuchen sie jetzt halt, die Partei zu verbieten. Und ich bin wahrlich kein Wähler der AfD, aber ich muss sagen, da hört der Spaß auf, da ist unsere Demokratie in Gefahr, dass man versucht, eine Partei mundtot zu machen, die die Opposition ist. Und so viel wir wissen, bei diesem Treffen gab es ja auch Einladungen der CDU und der FDP, und das hat schon länger stattgefunden. Aber das jetzt so aufzubauschen, auch mit den befreundeten Netzwerken, ich möchte nur Redaktionsnetzwerk Deutschland erwähnen, die ja SPD und staatsfinanziert sind, und die Menschen, die breite Masse, glaubt das auch noch mit den Bildern in Hamburg und so weiter. Also ich kann mich gar nicht genug echauffieren, aber wenn die so weitermachen, dann will ich sogar die AfD, weil ich mich einfach positionieren möchte, weil ich sage, irgendwo ist Schluss. Also ich kann gar nicht mich genug echauffieren. Fakt ist, tatsächlich, diese Cancel Culture findet statt. Auch ich habe ja einen großen YouTube-Kanal. Und siehe da, ich wurde gecancelt, weil ich hatte Videos gebracht mit Prof. Dr. Paul Cullen vor zwei Jahren. Er hat da Sachen gesagt, wirklich mit Daten und Fakten unterlegt, die dann damals nicht gültig waren. Das waren Fake News, ne? Laut WHO und unserem untragbaren Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Jetzt könnte ich ohne Probleme dieses Video wieder aufspielen. Es würde nicht gelöscht werden. Warum? Weil alles, was Herr Dr. Cullen damals gesagt hat, ist jetzt Realität mit Impfschäden, dass die Impfung nicht wirkt und so weiter und so fort. Und da muss man einfach sagen, es gibt keine Reflexion in der Politik. Es gibt keinen Politiker, der sich hinstellt und sagt, okay, wir lagen falsch, wir müssen das aufarbeiten. EU, Pfizer, Geheimverträge, wir könnten tausend Sachen erwähnen. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir so diesen Zenit des Woken, der Idiotie und der Propaganda überschritten haben, dass immer mehr Menschen aufwachen. Und es macht mich froh und hoffnungsvoll, dass wir die Demokratie tatsächlich verteidigen. Aber genau von denen, die sagen, die Demokratie wäre in Gefahr, weil das sind eigentlich die größten Demokratiefeinde, die wir zurzeit haben. Ich denke, ich kann aus der Distanz, also sowohl aus der räumlichen Distanz als auch der Distanz, dass ich nur amerikanische Staatsbürger bin, ihnen beistimmen, wenn ich Deutschland beobachte. Die Spezifika der deutschen Situation. Und wo es, denke ich, falsch ist, wenn sich Deutschland immer dann entschuldigend auf Amerika produziert, das hat ja alles in Amerika angefangen, ist die Verbindung des Staates mit einem starken Faktencheckertum, das Cancel Culture. Es würde ja in den europäischen Medien stark berichtet, also etwa an den Ivy League Universities, also in Harvard, Yale und so weiter und so weiter, gibt es sozusagen ein Faktencheckertum. Man darf in dem Konflikt im Nahen Osten nicht pro-israelisch sein, man darf nur pro-palästinisch sein. Aber es gibt kein Symptom dafür, dass solche Positionen je von der Regierung propagiert oder unterstützt worden sind hier. Also insofern, denke ich, gibt es eine strukturelle Differenz. Und ich bin gar kein großer Biden-Anhänger, obwohl ich ihn gewählt habe. Aber in dieser Hinsicht ist die Regierung und der amerikanische Staat in einer anderen Position als Deutschland. Und ich denke, es ist in Deutschland diese Verwechslung von Staat, Regierung und Ethik, die die spezielle Situation und die Wut, von der sie geredet haben, produziert und provoziert hat. Also ich denke, das ist eine Differenz über den Atlantik. Jetzt hat Marc Friedrich ja schon davon gesprochen, dass möglicherweise der Zenit überschritten wurde. Und er hat gesagt, er spürt selber so viel Trotz, auch in sich, vielleicht wählt er noch aus Trotz, die AfD. Jedenfalls, da ist etwas im Gange. Das Pendel scheint zurückzuschwingen. Dann kurze Rückfrage noch Richtung Amerika. Ist das dort auch so? Also wir haben ja jetzt zum Beispiel erlebt, dass die Harvard-Präsidentin zurücktreten musste, weil sie den Bogen überspannt hat. Ja, kann man das so sagen? Wie meine Kollegin hier in Stanford, Condoleezza Rice, gesagt hat, that's what you got when you choose a president for politically correct reasons. Deswegen musste sie zurücktreten. Und es ist aber interessant, dass sie ja im Senat gescheitert ist. Also der Senat hat sie ja nicht etwa unterstützt, sondern sie ist in der Senatsbefragung an einer republikanischen Senatorin gescheitert. Nach dieser lächerlichen Antwort, in der sie gefragt wurde, würde denn das Erste Amendment auch Genocide, also Israel commits Genocide schützen. Und dann sagt sie, depends on the context. Danach muss sie zurücktreten. Also der Staat hat sie gerade nicht in dieser politisch korrekten Weise unterstützt. Und das ist die strukturelle Differenz, die ich betonen wollte. Aber sie musste auch zurücktreten, weil sie eine Plagiatsaffäre noch an der Hacke hatte, die dann plötzlich rausgezogen wurde, oder? Ich denke, man kann jeden Wissenschaftler, der sich nicht nur naturwissenschaftlich oder ingenieurswissenschaftlich beschäftigt, immer Plagiat unterschieben. Ich denke, dass diese Claudine Gay keine besonders gute Politologin war. Aber das war sozusagen eine Begründung, die Harvard dann für das Feuern letztlich sich sehr offiziell zurückgetreten, benutzt hat. Der Punkt war, dass sie im Namen von Harvard die Meinungsfreiheit auf das politisch korrekte Lager verengt hat. Und daran ist sie gescheitert. Aber sie ist letztlich gescheitert in diesem Senate Hearing. Und das scheint mir strukturell Differenz. Das wäre ja so, als würde eben die gegenwärtige Hampelregierung, das gefällt mir sehr gut, Herr Friedrich, als wenn die gegenwärtige Hampelregierung sich gerade für Meinungsvielfalt einsetzt. Aber das ist nicht so, sondern es ist eine Regierung, deren zentrale Partei sich mittlerweile der 10-Prozent-Grenze nähert und vorschlägt, aus gesetzlichen Gründen eine Partei verbieten zu lassen, die sich den 30 Prozent nähert. Das ist die absurde Situation in Deutschland. Und ich denke, die ist spezifisch deutsch. Gudula Walterskirchen. Ich wollte noch einmal zurückkommen auf die Frage der Demokratie. Ich denke, das ist jetzt kein deutsches Phänomen, sondern wir haben es ja mittlerweile weltweit damit zu tun. Das hat ja auch wieder das letzte Weltwirtschaftsforum und diverse Wortmeldungen gezeigt, aber auch die Vorhaben von EU und UNO im Hinblick auf die Meinungsfreiheit. Also mein Eindruck ist, je mehr man vom Schutz der Demokratie und vom Schutz der Freiheit spricht, desto mehr schafft man sie ab, beziehungsweise desto mehr Angst hat man davor. Also die Politiker haben ja nicht nur immer mehr Angst vor den Bürgern, das hat man ja gerade in Deutschland sehr eindrucksvoll gesehen, sondern sie haben einfach offensichtlich auch Angst vor den demokratischen Prozessen, ist gleich Wahlen, vor dem freien Spiel der Kräfte, dass da irgendwas passiert, was sie nicht mehr kontrollieren können, dass Entscheide ausgehen, so wie sie das eigentlich nicht wollen. Also es geht um das große Thema natürlich Macht und Machtverlust. Und sie haben offenbar panische Angst vor echter Meinungsfreiheit. Sonst müssten sie sich nicht wöchentlich neue Restriktionen ausdenken. Das ist doch schon sehr auffallend. Also Fakt ist ja, vielleicht sind die ganzen Parteien nicht mehr zeitgemäß, weil wir sehen ja das Versagen auf breiter Front in allen Ländern. Wir haben Javier Milley, der jetzt in Argentinien gewonnen hat gegen das Establishment. Wir sehen Trump, der wahrscheinlich zurückkommen wird. Wir sehen die Parteien generell, die auf dem absteigenden Ast sind. Also vielleicht muss man sich einfach mal die Frage stellen, vielleicht sind diese Karrierebuten, die halt auch durch Vetternwirtschaft, Korruption und Machtgerangel sich nur noch glänzend in den Vordergrund stellen nicht mehr zeitgemäß. Die Menschen fühlen sich auch nicht mehr abgeholt. Ich bin jetzt mal ganz, ganz ehrlich, ich fühle mich von keiner Partei mehr vertreten. Das war früher ganz, ganz anders. Da gab es noch Charakterköpfe, da gab es noch Menschen mit Rückgrat, die auch was gesagt haben. Aber wenn wir jetzt sind, zum Beispiel mal in Deutschland, da wird was gesagt und dann wird es wieder rufen, sobald die Wahlen vorbei sind. Die FDP ist ein Schlamassel gewesen. Oder auch, wenn man es überlegt, Olaf Scholz zu der Mehrwertsteuer für die Gastronomie, da wird knallhart den Menschen ins Gesicht gelogen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Politik eine Art Oberwasser hat, eine Hybris hat, nach dem Motto, seit Corona können wir eigentlich mit den Menschen machen, was wir wollen. Wir haben denen so wirklich dreckig ins Gesicht gelogen und trotzdem wählen sie uns wieder und trotzdem machen sie noch mit und sie gehen nicht auf die Barrikaden. Und jetzt habe ich so das Gefühl, das ganze Sentiment ändert sich momentan. Und noch eine Sache zur Frau Gay in den USA. Go woke, go broke. Das haben wir ja auch gesehen. Auch da ist es nicht überschritten bei der ganzen Vokeness. Also es ist eine Minderheitengeschichte, weil die Minderheitenregel besagt ja, dass nur ein kleiner Anteil der Bevölkerung eigentlich gendert oder Pronomen verwendet. Ich glaube, 90 Prozent tun das nicht. Aber diese Minderheit hat halt jahrelang das Narrativ und auch die Presse besetzt. Vor allem die Presse, die ja doch tatsächlich, da haben ja die ganzen Rechten anscheinend recht behalten, nämlich, dass es doch die grünversiffte Medienlandschaft ist. Weil wenn ich den Deutschlandfunk höre, muss ich ihn abschalten. Ich habe den immer gerne gehört, aber seit dort gegendert wird durch einzelne Moderatoren, ist es unanhörbar. Es ist für mich eine Vergewaltigung der deutschen Sprache. Und genauso Pronomen zu verwenden oder die dritte Toilettentür zu verwenden. Ich weiß nicht komplett, ob Sie es wissen, aber in Deutschland dürfen wir seit diesem Jahr einmal im Jahr unser Geschlecht wechseln durch das Selbstbestimmungsgesetz. Und das ist für mich halt ein Anzeichen, dass wir am Ende des Zyklus sind. Ja, ich müsste eigentlich ganz anders sprechen, weil ich habe mich an Silvester entschieden, dieses Jahr eine Frau zu sein, aber mache ich später dann noch. Das ist aber für mich ein Zeichen von einer spätrömischen Dekadenz, dass wir einfach satt geworden sind. Wir sind saturiert und suchen uns Probleme. Und jetzt haben wir aber durch diese dekadente Politik mit Toilettentür und Atomausstieg und selbst verursachte Probleme, Sanktionen gegen unseren größten Öl- und Gaslieferanten, haben wir jetzt aber wirkliche Probleme, die uns jetzt auf die Füße fallen, die wirklich mit der Realität was zu tun haben. Weil ob ich jetzt Pronomen verwende oder gendere, das bringt nichts für die Produktivität, das bringt keinen Wohlstand, das bringt nur eigentlich eine Spaltung der Gesellschaft. Und vielleicht ist das auch das Ziel im Endeffekt, weil wir sehen einfach eine Spaltung seit Corona, die immer stärker wird in der Bevölkerung. Und das ist natürlich, Sie wissen ja Brot und Spiele, du hältst sie arm, ich halte sie reich. Vielleicht auch das erklärte Ziel, die Menschen weiterhin irgendwie abzulenken für den wahren Problemen. Weil wenn ich einen Herrn Scholz sehe, der vor der Kamera auftritt und jetzt die Demokratie verteidigen muss gegen die Rechten, ich meine nochmal für Probleme, die er selbst mit verursacht hat. Und ich finde es auch eine Anmaßung beziehungsweise er schädigt eigentlich das Amt, weil er missbraucht sein Amt, als Bundeskanzler so eine Ansprache zu halten. Okay, ich hake mal kurz ein beim Stichwort Korruption, das Marc Friedrich gerade so nebenbei gesagt hat. Und das ist etwas, was mich schon seit einer Weile beschäftigt. Da kann man auch ein bisschen drüber nachdenken, weil ich als bundesrepublikanischer Jüngling eigentlich glaubte, in einem Staat zu leben, der mit Korruption relativ wenig zu tun hat. Außer, dass es einen frühen Roman von Heinrich Böll gibt, der heißt wie in schlechten Romanen und da geht es irgendwie um Korruption am Bau oder sowas. Also das mag es alles auch schon früher gegeben haben. Aber was wir jetzt erleben, das hätte ich immer als italienische Verhältnisse beschrieben, auch in der hohen Politik in Deutschland, also vom Greichen-Clan und der Trauzeugen-Affäre über diese Maskendeals, die da gemacht wurden. Die Cum-Ex-Affäre unseres Bundeskanzlers mit den versteckten Riesengeld-Summen in Bar des Johannes Kahrs, die Umweltstiftung von der Ministerpräsidentin Schwesig, die Bestellung einer Greenpeace-Chefin, die gerade schnell noch eine Staatsbürgerschaft nachgeschmissen bekommt, zum Thema Staatsbürgerschaft komme vielleicht noch, damit sie da im Auswärtigen Amt für Klimapolitik sorgen kann und so weiter und so weiter. Früher hätte man ja gesagt, die Italiener haben mit der Korruption ihrer Politiker eigentlich habituell längst ihren Frieden gemacht. Sie hassen nämlich Politiker. Also Politiker sind sowas von schlecht angesehen in Italien, weil jeder davon ausgeht, die sind korrupt. Und in Amerika, und das finde ich jetzt interessant, und das hätte ich gern von Hans-Ulrich Gumbrecht mal ein bisschen beschrieben, erleben wir ja jetzt auch Sachen, gerade innerhalb der Familie Biden, die man nicht für möglich gehalten hätte. Oder ist das doch auch in der amerikanischen Mentalität mittlerweile so, Washington ist ein korrupter Sumpf? Prinzipiell ist das keine Neuigkeit, sondern das hat es eigentlich schon seit 100 Jahren gegeben. Also das kann man historisch belegen. Die Primaries, also die Vorwahlen in den USA, sind eingeführt worden, weil man vor 100 Jahren, also als die Kommunikationssysteme ganz anders waren als heute, davon ausging, dass Washington ein moralischer Sumpf ist. Und da würde ich also sagen, dass Washington oft am ähnlichen Niveau ein moralischer Sumpf geblieben ist. Ich hätte aber kein Narrativ, das sagen würde, also dass sich Washington jetzt erst dazu entwickelt hat. Also ich behaupte mal, dass Hauptstädte, Zentren der Politik immer eine Versuchung von Korruption haben und dass es immer zu Korruption kommt. Die Spezifik der deutschen Situation liegt darin, dass es eine Regierung gibt, die sich erstens mit dem Staat identifiziert. Diese Regierung und keine andere Partei ist parlamentarische Demokratie und dass es zweitens eine Regierung ist, die also für sich Wokeness und so weiter und so weiter in Anspruch nimmt. Und da scheint mir eine Differenz zu liegen. Es ist keine Differenz. Es gibt in Washington Korruption, es gibt in Berlin Korruption und vielleicht war das also, wie Sie vorhin gesagt haben, eine typische deutsche Aufbruchsstimmung. Die Bundesrepublik ist die einzige deutsche Staatsgründung, die einige Jahrzehnte auf dem Weg zur Demokratie war, die die Illusion genähert hat, es gäbe in Berlin oder in Bonn früher keine Korruption. Die hat es immer gegeben. Aber dass die gegenwärtige Hampel-Regierung ihre Position und ihre Korruptionspraktiken schützt mit einem moralischen Anspruch, natürlich ist ein Paradox. Das ist die Spezifik. Und ich denke, das hat Biden für sich nicht in Anspruch genommen. Der vermeidet das Thema und behauptet nicht, dass also sein Sohn im Sinne irgendeiner grünen oder sozialdemokratistischen, sage ich immer, ganz gerne Ethik gehandelt hat. Wir müssen ja feststellen, dass Märchen von den Umsturzplänen rechtsradikaler Verschwörer, dass zeitig die gewünschten Ergebnisse, die Regierung und die Pararegierung, sage ich mal, nämlich die CDU, die fühlt sich ja immer da noch zugehörig und fühlt sich nicht nur, sondern sie war ja auch verantwortlich lange, die liegen sich alle in den Armen, ob Ricarda Lang oder Hendrik Wüst oder Daniel Günther, Friedrich Merz, was willst du mehr? Und das klappt, weil das Fernsehen riesige Demos gegen Faschismus zeigt und keine Bauerndemos mehr. Und das hat übrigens einen Grund. Und diesen Grund hat eine Grüne, die im NDR-Rundfunkrat sitzt, freimütig ausgeplaudert. Sie habe nämlich dafür gesorgt, dass in der Tagesschau weniger über die Bauern und eben mehr über die antifaschistischen Demos berichtet wird. Weil Sie gerade von der CDU geredet haben, es gibt, ich werde keinen Namen nennen, aber wenn Sie wollen, kann ich den Namen noch nennen, ein Kollege von mir, Professor für Gegenwartsgeschichte, der mal als CDU-Vordenker galt und der ist nun zwar immer noch Mitglied der CDU, aber von allen einflussreichen Positionen und Gremien beseitigt worden, weil er gesagt hat, die AfD muss absolut wählbar sein. Das ist das Problem, ja. Also, dass eine Partei mit der Wählerschaft, mit der Wählerbreite, sozusagen nicht im demokratischen Kampf der Meinungen und der Positionen besiegt werden soll. Das wäre ja legitim. Nein, der Staat macht sich anheischig, und das sind ja die Demonstrationen, diese Partei aufgrund projizierter Umsturzpläne, die es wahrscheinlich nicht gibt, ich habe kein Faktenbissen hier, als wählbar überhaupt zu eliminieren. Und das muss ich nochmal sagen, die Prozesse gegen Trump, die in New York im Moment laufen, haben damit nichts zu tun. Die sagen nicht, dass Trump nicht wählbar sein soll, sondern die haben mit bestimmten wirtschaftlichen Praktiken und so weiter zu tun. Also, die Anmaßung der Regierung, sich selbst zu schützen, weil sie sich sozusagen für die Realisierung ethischer Prinzipien hält, das ist das deutsche Problem. Ja, das finde ich jetzt interessant. Also, diese Gleichstellung oder Vergleichung der Versuche eines Parteiverbots in Deutschland, die AfD zu verbieten, das hat einen ganz anderen Charakter als die Versuche, Trump auf juristischem Wege dran zu hindern, sich wählen zu lassen, oder? Dass Trump Kandidat sein kann, dass Trump wählbar sein muss, steht, glaube ich, im Wesentlichen außer Frage. Ich sage jetzt nicht, dass alle 330 Millionen Amerikaner dafür sind. Der Hauptprozess in New York geht überhaupt über ehemalige Wirtschaftspraktiken von Trump und Bestechungen im Staat New York. Und die könnten natürlich dazu führen, dass er in einer Weise verurteilt wird, dass er nicht mehr wählbar ist. Das wäre aber erst eine sekundäre Konsequenz. Es gibt Fragen, ob jemand, der Stellungnahmen wie Trump gemacht hat, wenn er zum Präsidenten gewählt würde, Präsident werden kann, aber dass er am Wahlkampf teilnehmen darf, dass er an den Primaries teilnehmen darf, Primaries dann auch gewinnt, leider für mich überhaupt kein Trump-Anhänger, das steht nicht außer Frage und das scheint mir richtig. Und auch eine Öffentlichkeit der Konfrontation. Ich darf Ihnen ein Beispiel nennen. Ich habe heute Morgen zufällig im Brief eines FAZ-Redakteurs und Herausgebers, also beide, an eine Kollegin von mir gelesen, die öffentlich gesagt hatte, also im öffentlichen Raum der Universität, dass sie pro-israelisch engagiert ist. Daraufhin hat sie zehn Fragen gekriegt und der letzte Satz heißt, ich erwarte eine Antwort auf diese Fragen bis zum 21. Januar. Wow. Also das ist ein Medium, das zentrale deutsche Medium eigentlich. Gewesen. Ich weiß, aber ich habe lange Zeit ja für dieses Medium geschrieben. Ich hatte einen Herausgeber dieses Mediums, war mir mein Doktorand, aber da war das Medium noch ein anderes. Das war Frank Schirrmacher, sagen wir es deutlich. Also wir sprechen hier mit dem Doktorvater von Frank Schirrmacher, Hans-Ulrich Gumbrecht, für unsere Hörer, die es nicht wissen. Und was sie jetzt auch vielleicht nicht wussten, aber mitbekommen haben, ist, dass Hans-Ulrich Gumbrecht und ich in Sachen Trump ganz konträrer Meinung sind. Ich bin trotzdem froh, dass er dabei ist. Er würde ihn nicht wählen. Er hat Biden gewählt. Ich halte Trump für ein Segen für die Welt, also zumindest in dem, was er bisher getan hat in seinen paar Präsidentenjahren, um nur zu zeigen, was der Kontrafunk alles vermag. Also das ist doch fantastisch. Das ist genau Demokratie, dass Sie das sagen, dass ich das sage. Das wollen wir. Also das habe ich ja auch gerade gesagt. Trump muss unbedingt wählbar sein. Das ist ganz wichtig. Was dann passiert, ist eine andere Frage. Und das übrigens also nur, aber das ist gar nicht wichtig. Ich habe überhaupt keine Hysterie über den ersten Trump-Turn. Also diese vier Trump-Jahre war mir, anders als Ihnen als Amerikaner, manchmal peinlich. So wegen des Hairdos und so weiter und so weiter. Aber da ist es nichts Schreckliches passiert, weder in den USA noch weltweit, in den ersten vier Trump-Jahren. Ganz im Gegenteil. Er hat ja vieles erreicht mit Nordkorea zum Beispiel und wir hatten eigentlich eine ruhige Phase mit ihm. Es war immer noch eine unipolare Welt, aber die Globalisierung hat noch funktioniert und die Welt ist eben nicht untergegangen. Wenn ich mir jetzt Biden anschaue, wie viel Kriegshärte wir haben, dass wir jetzt in eine multipolare Welt absteigen, dass wir Protektionismus sehen, Handelskrieg mit China, ein Säbelrasseln an allen Ecken und Enden. Wir sehen die Ukraine. Nach 2014, dem bezahlten Putsch durch die USA, haben wir jetzt einen Krieg auf europäischem Kontinent. Also es ist eine Katastrophe. Biden ist ja auch nur eine Marionette, das wissen wir alle. Der ist ja sowieso völlig demenzkrank. Ob jetzt Trump die Lösung ist, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, wir erleben gerade Historisches. Und nochmal zu der Debattenkultur. Ich meine, wir erleben ja, dass Klaus Kleber gesagt hat, man hat während der Corona-Zeit ja die Nachrichten aus dem Bundeskanzleramt eins zu eins, ohne die in Frage zu stellen, weitergegeben. Und das ist wie ein Wahrheitsministerium von George Orwell. Und das Gefühl haben immer mehr Menschen. Und deswegen gehen sie auf die Barrikaden, sind unzufrieden und wählen vielleicht dann auch die neuen Parteien oder die AfD. Also völlig verständlich. Und das Einzige, was die Politiker eigentlich machen müssten, sich endlich mal ehrlich zu machen, auch sich mal zu entschuldigen und zu sagen, der Lockdown war ein Fehler. Karl Auderbach ist ein schlechter Minister, der muss zurücktreten. Und ja, wir machen zwar Politik für die Menschen und wir schalten wieder die Atomkraftwerke an. Gudula Walterskirchen. Auf einen Punkt nochmal zurückzukommen, ein bisschen vielleicht auf der Meta-Ebene. Noch einmal die Frage der Demokratie. Also was kennt es nicht unter anderem eine Demokratie, dass es eine Opposition gibt und sogar, dass es eine Opposition geben muss. Denn gibt es keine Opposition, dann haben wir eine Einheitspartei und das ist keine Demokratie mehr, sondern ein totaler Staat. Und darum muss ich sagen, ich war schon sehr erschrocken und das ist wiederum kein nur deutsches Phänomen, wenn eine Regierungsmacht, eine Regierung offen darüber nachdenkt, mit Unterstützung der Medien ja willfähriger, eine Oppositionspartei zu verbieten. Wir haben in Österreich eine ähnliche Diskussion. Es geht noch nicht so weit, dass man sagt, man möchte die FPÖ verbieten. Es gibt allerdings schon Ansätze und es gibt, seit eben der Chef der FPÖ-Kickel jetzt sehr vorne liegt und auch in der Kanzlerfrage vorne liegt, plötzlich den dringenden Wunsch von den herangekarrten Experten, ja, der ist ja nicht wählbar, der gefährdet die Demokratie, das sagen auch die Regierungsparteien und sie haben aber keinen Nachweis gebracht, inwiefern hat die Demokratie gefährdet und deswegen wird jetzt gefordert, dass er dann gar kein Politiker mehr sein darf, dass man quasi die staatsbürgerliche Rechte, politisch tätig zu sein, absprechen möchte. Und da frage ich mich schon, jetzt im Gleichklang auch mit Deutschland, inwieweit das dann noch Demokratie ist. Also das ist wirklich eine besorgniserregende Tendenz. Also geht es jetzt nicht mehr um innenpolitische Auseinandersetzungen oder das übliche Hick-Hack, sondern da geht es an die Grundfesten, weil das werfen wir doch bitte immer den Diktatoren vor, dass sie als erstes die Opposition, aus Gründen, die an den Haaren herbeigezogen sind oder auch nicht verbieten wollen. Ich möchte die Deutschen und die Österreicherinnen fragen, könnte man denn die deutsche Situation so beschreiben, dass eine Fraktion oder eine Gruppe, die Fraktion klingt zu politisch auf Deutsch, eine Gruppe der deutschen Gesellschaft, die etwa 10 Prozent ist, die ich mal sozialdemokratistisch nennen würde, das sind nicht unbedingt Mitglieder der sozialdemokratischen Partei, aber die eine gewisse Mentalität repräsentieren. Das sind Professoren, das sind Lehrer, das sind Politiker. Drauf und dran ist, die weitere 90 Prozent der Bürger der Bundesrepublik Deutschland sozusagen von der Exekutive, von der Politik zu isolieren. Ich denke, der gemeinsame Nenner der Hampel-Regierung ist ein sozialdemokratistischer. Zum Beispiel, es darf nicht in Frage gestellt werden, dass jede Steuererhöhung begrüßenswert ist. Umverteilung ist eine ethische Pflicht. Außenpolitik, die mit Militär verbunden ist, ist illegitim sozusagen ethisch. Also diese Studienratsmeinung, sage ich mal, das ist die dominante Studienratsmeinung, das ist eine kleine soziale Gruppe, ist eigentlich dran, sich mit der Maske der Ethik vollkommen die Exekutive und auf eine Weise auch die Legislative, also wenn man sieht, wer sitzt in dem Bundesrat, Studienräte anzueignen und zu dominieren. Und nicht vergessen die Medien. Ich hatte ja vorhin schon auf die Politik der Tagesschau hingewiesen und die Sache ist übrigens bekannt. Dieser Rundfunkratssitz, der stand ja eigentlich der CDU zu, aber die CDU hat den an die Grünen abgetreten. Also das zeigt auch ein bisschen das wahre Gesicht dieser Partei. Übrigens, wie gut das bei den Öffis klappt. Zwei Beispiele. Der Demonstrant, der kürzlich vom NDR bei dieser Demo gegen Rechts, in Kiel war das, interviewt wurde, der war Vorstandssprecher der Grünen. Also der erscheint als Demonstrant. Wir kennen das Verfahren. Supermarkt. Supermarkt, genau. Gut, da Walters Kirsten sagt es. Das ist das typische Vorgehen, wir machen eine Art Straßenumfrage mit Statisten, mit Politikern. Es gibt so viele Beispiele. Das ist so schamlos. Die machen das einfach weiter, auch wenn sie ständig dabei ertappt werden. Der WDR hat einen Organisator einer Demo gegen Rechts in Münster interviewt. Dieser Organisator, nun gut, ist eben auch Grünen-Politiker, aber da heißt es nur Organisator. Es steht nicht dabei, für welche Partei. Das sind alles Demos von Regierungsparteien. Das muss man einfach sagen. Das ist das Problem. Ich glaube, es ist nicht nur das sozialdemokratische Element, sondern ich sage es jetzt aus österreichischer Perspektive, alle anderen Parteien, die jetzt nicht im Aufwind sind, ganz klar, dass die jetzt natürlich nicht dafür sind, dass die dazugewinnen, ihre Konkurrenz, aber die können doch jetzt nicht bestimmen, dass ihr Mitbewerb ausgeschlossen wird. Es können auch nicht die Demonstranten in irgendeiner deutschen Großstadt, auch wenn sie 80.000 sind, sagen, so diese Partei darf es jetzt nicht mehr geben. Das ist kein demokratischer Prozess in dieser Form, sondern wenn es wirklich um das Thema Rechtsextremismus gehen sollte, gibt es gerade in Österreich und Deutschland strenge Gesetze, die es sonst ja nirgends gibt, wo es ein Verbot geben könnte. Und solange das strafrechtlich nicht relevant ist nach dem Gesetz, muss es diese Parteien geben dürfen und die haben genau die gleichen Rechte, ob das jetzt den anderen passt oder nicht. Das ist eben Demokratie, die Meinung und die anderen Überzeugungen nicht nur auszuhalten, sondern auch zu respektieren. Und das geht immer mehr abhanden. Wobei mir auch aus amerikanischer Perspektive auffällt, dass in der deutschen Situation die Judikative so schwach ist. Da müsste eigentlich ein Kommentar aus Karlsruhe reichen, um zu sagen, dass diese ganzen Diskussionen und Demonstrationen über ein AfD-Verbot zunächst einmal nicht existierend sind. So wie ja, das ist ja interessant, also diese Regierung sehr schnell die überraschende Intervention aus Karlsruhe über den Staatshaushalt, das fand ich großartig, diese Intervention aus Karlsruhe. Aber das ist irgendwie verschwunden. Also der Staatshaushalt dieses Jahr sieht wieder genauso aus wie vorher. Also die Schwäche der Judikative ist ein weiteres Symptom dafür, dass unter gegenwärtigen, ich sage jetzt nicht nur deutschen Verhältnissen, aber unter den Verhältnissen, die wir beschreiben, tatsächlich auch die Form der Demokratie und die Gewaltenteilung in Gefahr ist. Und immer im Namen der Ethik. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass viele Richter, auch Verfassungsrichter, natürlich alle ein Parteibüchlein haben und dass sie auch von der Politik erwähnt werden. Und das ist schon mal ein großer Hemmschuh. Das kann nicht richtig funktionieren. Wir wissen ja auch, dass Merkels Verfassungsrichter oft abends am Tisch saß, auch im Bundeskanzleramt und so weiter. Und deswegen sehe ich da auch keine wirkliche Lösung, dass die Judikative tatsächlich getrennt ist von der Politik und objektiv ist. Und es hat sich ja immer wieder bewiesen in den letzten Jahren. Die Tatsache, dass jetzt für die nächste anstehende Entscheidung des Supreme Court in den USA wegen Trump, dass niemand voraussehen kann und dass es große Diskussionen gibt, wie die Entscheidung ausfällt, das, denke ich, ist Demokratie. Ja. Und ein Hinweis noch zum AfD-Verbot. Ich glaube, das würde Demokratie eher einen großen Schaden zufügen, wenn man die AfD verbieten würde. Bei was macht man denn mit diesen 23 oder 25 Prozent der Wähler, der Bevölkerung? Will man die alle dann irgendwie auch diffamieren oder verbieten oder werden die irgendwie ausgesiedelt Richtung Ruanda wegen Großbritannien? Also man denkt nicht von heute auf morgen, da muss ich mich wirklich echauffieren, weil die Demokratie, in der wir aufgewachsen sind, ist tatsächlich unter Feuer, ist unter Beschuss. Ja. Und ich möchte noch einen Hinweis geben, weil Sie ja bei der FAZ waren, das ist ein ganz netter Hinweis. Ich habe jetzt ein neues Buch veröffentlicht, Die größte Revolution aller Zeiten und ich habe ja sechs Bestseller geschrieben und da hat dann die FAZ, ich wollte mit denen reden, ob die darüber berichten wollen, Interview machen wollen und jetzt nochmal so viel zum Diskurs und Debattenkultur, da wurde eine Absage mir erteilt und habe ich da angerufen, gefragt, wieso, weshalb, warum und dann sagte mir der Redakteur, ja, also sie waren sehr kritisch während der Corona-Zeit gegen den Lockdown und sie haben gesagt, die Impfung würde nicht funktionieren und so weiter. Ich hatte dann im Endeffekt ein gutes Gespräch mit dem Redakteur, aber allein, dass man mich sozusagen ausschließt, dass man dann sagt, nö, mit dem reden wir nicht, weil der hat uns Unangenehmes gebracht oder der spricht gegen das Narrativ, ist doch ein Zeichen, dass wir hier nicht mehr in einer pluralistischen Gesellschaft leben anscheinend. Also, Marc Friedrich hat es verschissen bei der FAZ. Ich sage das deswegen, weil das Wort ist wichtig und zwar für den Fortgang unserer Diskussion. Ich darf erinnern, dass eine Spitzenpolitikerin der FDP mit Namen Strack-Zimmermann die AfD einen Haufen Scheiße genannt hat. Also, wir sind jetzt mittlerweile auch sprachlich, das wird den Literaturwissenschaftler unter uns, sicherlich analytisch interessieren und vielleicht sogar begeistern. Wir sind jetzt begrifflich in eine Region abgedriftet, die auch etwas Neues hat. Übrigens, das Unwort des Jahres heißt ja bekanntlich Remigration. Dieses Unwort wurde gekürt just im selben Augenblick als die große Kampagne wegen Remigration, weil das jemand gesagt hat bei diesem Treffen da in Potsdam, als diese Kampagne gefahren wurde. Zufälle gibt es, ne? Alles Zufall. Ja, natürlich. Also, wenn man sich dieses Unwort des Jahres mal anschaut, das sind ja anscheinend objektive Journalisten und Sprachwissenschaftler. Wenn ich mir aber die Wortwahl der letzten Jahre anschaue, hat es eine ganz tendenziöse Richtung, nämlich da geht es um Klimaterroristen, da geht es um Vogue-Sein, um Diffamierung von anderen Meinenden. Also, ich glaube, Querdenker war auch so ein Unwort. Oder was hatten wir noch? Sozialtourismus, Lügenpresse, Gutmensch, Volksverräter, alternative Fakten, Klimahistorie, Corona-Diktatur. Das klingt für mich jetzt nicht wirklich objektiv und das sind halt alles ehrenamtliche Klacköre der amtierenden Regierungen. Gutmensch war ein Unwort, oder? Gutmensch war ein Unwort, tatsächlich. Die meisten Menschen können das ohnehin kaum aussprechen. Aber ich denke mal, es ist eigentlich jetzt, wenn man nur das Wort an sich betrachtet, es ist wieder unflätig. Ich denke, was Burkhard gerade vorhin erwähnt hat, das, denke ich, sind Unworte. Also, wir haben es mit einer Radikalisierung, mit einer Gewalt in der Sprache zu tun. Also, mich erinnert es jetzt immer mehr auch in die 20er und 30er Jahre. Wir haben jetzt in Österreich heuer ein unrühmliches Jubiläum, nämlich 90 Jahre Bürgerkrieg. Und das wirkt immer noch nach. Und wenn man sich die damaligen Zeitungen ansieht im Vorfeld, was da zwischen den christlich-sozialen, also den Konservativen und den Sozialdemokraten, wie da die Fetzen geflogen sind, wie man sich da mit Gewalt in der Sprache an die Gurgel gegangen ist. Und das ist dann auch in tatsächliche Gewalt umgeschlagen. Und übrigens profitiert von diesem Gerangel zwischen den eigentlich demokratischen Kräften, haben letztlich die nicht-demokratischen, nämlich die Nationalsozialisten. Und ich denke, wir sollten hier auch heute ein bisschen achtsam sein, dass wir im demokratischen Diskurs das Maß bewahren, erstens einmal, weil die Gewalt in der Sprache von Politik und auch von den Medien, also dieses Herabsetzen des Anderen, das macht ja was mit den Menschen. Und dann zu sagen, um Gottes willen, die Gesellschaft ist zu furchtbar gespalten, was ist denn da passiert? Das ist wahrscheinlich, weil sie zu wenig an die Wissenschaft glauben. Ich meine, das ist ja alles Humbug, das ist ja lachhaft, sondern wer hat denn diese Spaltung betrieben? Wer agitiert ja ständig? Wer überzeichnet in der Sprache? Das sind ja die Politiker und das sind auch die Medien. Also die müssen sich an ihrer Vorbildwirkung ja auch ihrer Verantwortung stellen und da wundere ich mich schon, dass es ja überhaupt keine Selbstreflexion gibt. Hans-Ulrich Kuhnbrecht. Natürlich gibt es Spaltungen der Gesellschaft, aber es ist demokratisch. Es gibt verschiedene Meinungen in der Gesellschaft und diese Spannungen müssen ausgetragen werden. Also warum soll die Gesellschaft nicht gespalten sein? Warum sollen alle, das sage ich noch mal, Sozialdemokraten, Sozialdemokratisten oder Hampelanhänger sein? Das ist die Alternative. Und zweitens, ich denke, ich würde einen politischen Gegner nie a piece of shit nennen, aber ich bin im Gegensatz zu Ihnen, Frau Walters-Kirchner Meinung, auch das muss in einer Demokratie möglich sein. Also ich würde da eine deutliche Differenz zwischen Gewalt in der Sprache und wirklicher Gewalt sehen. Also ich denke, der eigentliche Gewaltbegriff ist immer ein physischer Gewaltbegriff. Und das nutzt ja auch dieser eigenartigen Studienratsethik. Ja, 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 der Gegner hat mich jetzt a piece of shit genannt und deswegen muss er jetzt ins Gefängnis. Ich finde diese Fäkalsprache, dass wir jetzt in der Toilette angekommen sind und dass die politische Opposition jetzt diskreditiert wird, das macht auch tatsächlich was mit den Menschen, weil da sind wir nicht mehr weit davon entfernt, zu sagen, das sind Ratten oder Ungeziefer. Und das macht mir vor allem auch im Blick auf die deutsche Historie große Sorgen, dass dann vielleicht auch mal solche Leute gejagt werden, die nicht dem Narrativ entsprechen oder die falsche Parteien wählen. Also, dass Sie in der Öffentlichkeit sagen, Sie finden das furchtbar, dass diese Fäkale-Rhetorik betrieben wird, das ist wichtig. Aber wenn man anfängt, sowas zu verbieten und offiziell zu unterdrücken. Aber das hat auch den Anstand einer Bundestagsabgeordneten, die sogar noch Spitzenkandidatin für die Europawahl ist. Da geht es doch um Niveau, da geht es doch um Respekt des öffentlichen Amtes und auch der Kollegen gegenüber. Dann wählen Sie die nicht. Also ich meine... Würde ich auch nicht. Klar, ich bin ja kein Kriegstreiber. Aber ich glaube, Hans-Ulrich Gumbrecht hat schon einen Punkt darin, dass er da ein bisschen mehr large ist in diesem, ja auch kämpferischen Sinne, den man vielleicht in politischen Auseinandersetzungen eher pflegt. Und man muss ja auch sagen, dass das, was wir den Schneeflocken vorwerfen, die mit Sprachpolitik mittlerweile so weit gehen, dass man also, wenn man im Raum irgendwie die falschen Vibes aussendet, dann gehen die schon in einen anderen Raum zum Weinen. Ich denke mal, was das Problem ist, ist nämlich, dass man in der Sache sehr hart diskutieren soll. Also hier soll man ganz klar Standpunkte austauschen. Da kann es auch mal wirklich wilder zugehen. Weil das ist beschönigend, das ist natürlich auch gesagt, man ein Klischee für Österreich, dass wir da alles irgendwie ein bisschen verkleinern, auch die Probleme. Aber in der persönlichen Ebene, das meine ich, in einem gewissen Respekt, das ist ja der demokratische Diskurs. Das heißt, ich mache jetzt nicht den anderen als Menschen fertig, weil wir eben die Argumente ausgehen, sondern ich bin hart in den Argumenten. Und da sind wir wehleidig bei den Argumenten, springen dann auf die persönliche Ebene, vor allem wenn wir keine haben, und machen dann die Person an sich fertig. dann hat die überhaupt keine Chance, mir irgendein Argument vorzutragen. Das ist ja das Problem, dass diese Unterscheidung nicht passiert, nicht? Also, wir sind Frau Strackzinger-Mermann sehr dankbar, dass sie das gesagt hat, weil es so selbstentlarvend ist. Mehr gibt es dazu ja eigentlich gar nicht zu sagen. Und ehrlich gesagt, sie sieht ja auch wirklich scheiße aus. Aber wir wollen sich aufs gleiche Niveau begeben, bitte. Nein, auf keinen Fall. Doch, mir hat das gut gefallen. Jetzt kann ich sie mir vorstellen. Ich finde die Grünen auch schrecklich, aber ich würde nie irgendwas über die Körperfülle von Ricarda Lang sagen oder über die Haare von Hofreiter oder... Nein, das sind alles Entgleisungen, an denen nehmen wir nicht teil. Was aber interessant ist, neben allen verbalen Sachen, Hans-Ulrich Gumbrecht hat ja sehr fein unterschieden zwischen dem, was gesagt wird und dem, was gemacht wird. Und während ein Riesen-Zinnober veranstaltet wird, um das Wort Remigration, was vielleicht gesagt wurde oder nicht gesagt wurde von Deportation. Übrigens war nie die Rede. Also ich habe mehrere Beschwörungen von Teilnehmern inzwischen gehört, die mir versprochen haben, also Deportation nicht. Aber derweil beschließt der Deutsche Bundestag die Turbo-Einbürgerung. Also noch auf den letzten Metern der vergangenen Woche hat man beschlossen, dass der Deutsche Pass jetzt schon nach fünf Jahren in Sonderfällen sogar nach drei Jahren vergeben wird. Doppelte Staatsangehörigkeit ist kein Problem mehr. Dabei weiß die deutsche Regierung nicht mal, wie viele der Zuwanderer von 2015 inzwischen eingebürgert wurden. Jetzt würde mich mal zum Thema Einbürgerung eines ein bisschen interessieren. Sind Nationen einfach künstliche Gebilde, die durch Gesetze zusammengehalten werden oder ist es doch etwas anderes, ist es doch etwas mehr? Wie sieht es denn aus, Hans-Uldrich Gumbrecht, Sie sind ja Amerikaner geworden, also auch ein Herzensamerikaner, nehme ich mal an, sonst macht man sowas nicht. Und was für Hürden gibt es da? Die Hürden sind relativ einfach, also man muss sechs Jahre mit einer Anstellung und ohne irgendein Gesetz gebrochen zu haben und das schließt also zu schnelles Fahren ein. Das war meine größte Schwierigkeit in den USA, dass ich gerne schnell fahre und man darf ja nur 60 Meilen fahren in den USA. Also nach sechs Jahren kann man sich auf eine Liste setzen lassen, dass man sich bewirbt um die amerikanische Staatsbürgerschaft und wenn man dann ein amerikanisches Kind mittlerweile produziert hat, weil ja das Use Terry bei uns gilt, das heißt also, meine jüngste Tochter ist 1991 schon in den USA geboren, dann kriegt man zwei Jahre Bonus. Also nach vier Jahren durften meine Frau und ich uns bewerben, Amerikaner zu sein und dann sind wir im Jahr 2000 Amerikaner geworden und dass wir die deutsche Staatsbürgerschaft, die tatsächlich seit Pearl Harbor inkompatibel rechtlich gesehen mit der amerikanischen ist, dann abgelegt haben, das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Also meine Begeisterung Amerikaner zu sein entspricht der Begeisterung der Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft, die ich gewählt habe. Das ist die eigentliche Antwort auf Ihre Frage. Also ich bin nicht als Amerikaner geboren, ich bin zwar unter amerikanischer Besatzung geboren, da steht in meiner Geburtsurkunde American Occupied Zone of Germany, nicht Deutschland. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich entschieden habe Amerikaner zu sein. Ich denke, das ist eine andere Art der Mitgliedschaft sozusagen, der Nationalität, als die Nationalität in den klassischen europäischen Staaten. Es sind zwei verschiedene Modelle und die schließen sich wechselseitig nicht aus, aber es ist ja, das kennen Sie alle in den USA typisch, also wenn man mit jemandem lang genug gesprochen hat, ob der einen Akzent im amerikanischen Englisch hat oder nicht fragt man, what's your background? Everybody has a background. Der kann italienisch sein, der kann äthiopisch sein, der kann deutsch sein, everybody has a background. Also nur die ganz wenigen und kaum sichtbaren Native Americans sozusagen haben einen Background im Sinn des typischen deutschen Backgrounds. Ich will nochmal sagen, ich sage nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch, aber es ist tatsächlich so, dass die Auffassung, nicht nur der Begriff, sondern die Auffassung, was es denn bedeutet und welche Konsequenzen es hat, einer Nation anzugehören zwischen den Vereinigten Staaten und ich denke, den typischen EU-Mitgliedsnationen verschieden ist. Ich komme nochmal auf eine Formulierung zurück, die ich eben gebraucht habe. Ich sage es nochmal ganz langsam und frage dann, ist das ein Satz, dem Sie zustimmen? Nationen sind nicht einfach künstliche Gebilde, die durch Gesetze zusammengehalten werden. Und ich sage noch einen zweiten Satz, können wir gleich mit ins Boot nehmen. Kultur ist niemals nur freies Formenspiel, sondern immer ein charakteristischer Ausdruck einer ganz speziellen Nation und einer ganz besonderen Ethnie. Kann man sagen, ja, stimmt? Frau Walderskirchen. Also die österreich-ungarische Monarchie war ja ein Riesengebilde aus unterschiedlichsten Nationen, Völkern, Sprachen, Ethnien, was auch immer. Also Dinge haben da zusammengehört, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Und das war nicht zusammengehalten durch das Territorium, sondern eigentlich durch eine Person beziehungsweise durch eben diese Idee dieses Habsburgischen Herrscherhauses mit allem, was da verbunden war. Also mit den Investitionen in die Infrastruktur, in eine wirklich damals vorbildliche Bürokratie und Verwaltung, das es in diesen Ländern vorher nicht gegeben hat. Also das heißt, positiv besetzt. Und als diese Integrationsfigur halt dann nicht mehr da war oder einen entscheidenden Fehler gemacht hat mit dem Ersten Weltkrieg, aber auch schon vorher ein bisschen. Aber da hat es dann nicht mehr funktioniert. Interessant ist, wenn man sich heute in diese Länder begibt, das geht ja bis hinein in die Ukraine, das waren ja damals die Routenen oder auf dem Balkan in den Ländern, die zur Habsburger Monarchie gehört haben oder auch in die Toskana. Da gibt es noch Pinienwälder, die von den Habsburgern initiiert wurden. Also die Spuren finden sie überall von den Bahnhöfen, die überall gleich aussehen. Also man fühlt sich heute noch, trotzdem viele Länder der Kommunismus erlebt haben, wieder zu Hause. Also ich denke mal, es ist ein sehr differenziert zu betrachtendes Problem und das sieht man auch in Deutschland mit seiner Geschichte. Man will zugehörig sein. Und das war damals ein ganz starker Wunsch. Man wollte einfach da dazugehören. Das war so ein bisschen wie riesige Familie. Ich sage das jetzt natürlich ganz verklärt und mache jetzt ja Österreich-Werbung, das ist klar. Ja, ja, ja. Aber es ist ein Gefühl. Das ist strukturell gesehen ähnlich den USA eigentlich. Ich sage das ganz bewusst, weil das ja fast wie ein Paradox klingt. Aber es gibt eine Vielzahl von Ethnien, die durch eine gewisse Idee, das würde ich sagen, in den USA und im Fall von Habsburg-Österreich durch diese Symbolstruktur der Monarchie und ihren Erfolg zusammengehalten werden. Und das ist, denke ich, anders mit der deutschen Geschichte. Was die deutsche Kultur angeht, wäre das immer noch nicht mein Begriff von deutscher Kultur, aber den Begriff, den Sie formuliert haben, halte ich für einen Begriff, der in der Diskussion möglich sein könnte. Okay, dann beende ich dieses Ratespiel jetzt mit einem dritten und letzten Satz. Den wollte ich eigentlich Marc Friedrich stellen, aber der möchte ja eine Frau sein. Also Frau Friedrich kann jetzt nicht teilnehmen. Der Satz lautet nämlich, das Geschlecht eines Menschen ist naturgegeben und kann niemals das Ergebnis einer selbstbestimmten Wahl sein. Achtung, Hans-Ulrich Gumbrecht, sind Sie in Gefahr, dem zuzustimmen? Also jetzt antworte ich fast für die Harvard-Präsidentin. Ich sage nicht, das kommt auf den Kontext, aber es ist eine komplexe Frage. Ich stimme Ihnen bei in der Beschreibung, also dass man das Geschlecht nicht wählen kann, aber ich bin zugleich sozusagen aus legislatorischer Perspektive dafür, dass jemand, der mit männlichen Genitalien geboren wird und das gibt es ja tatsächlich seit seiner Kindheit davon überzeugt ist, eine Frau zu sein, Frau werden können darf. Okay. Mein Gott, ich bin jetzt richtig froh, ihr seid vom Vorwurf des Nazi-Seins freigesprochen. Das Ganze ist nämlich im neuen Stern in der Illustrierten zu lesen und zwar haben die einen Faschomat veröffentlicht. Das besteht aus lauter solchen Fragen und wer also jetzt etwa Ja geantwortet hätte, also das Geschlecht eines Menschen ist naturgegeben und kann nicht das Ergebnis einer selbstbestimmten Wahl sein. Dann bin ich wohl Fake News aufgesessen, weil ich hatte Bio-LK in Baden-Württemberg und damals gab es tatsächlich nur zwei Geschlechter, aber es waren wohl alles Faschos. Ja, das muss man leider so sagen, ja. Also ich meine, das wäre schön, auf der Fascho-Seite ab und an zu sein, das habe ich gerne, aber ich will noch mal sagen, dass ich dem ersten Satz zustimme. Okay. Ich habe vier Kinder und demnächst fünf Enkel, also ich habe noch keinen soen Fall gehabt, aber ich würde immer als erste Reaktion sagen, überleg dir, wie schwer das ist und überleg dir, dass das möglicherweise nicht möglich ist. So würde ich argumentieren, aber dass jemand, und da würde ich auch jetzt historisch sagen, unter den intellektuellen, kulturellen und auch wirtschaftlichen Voraussetzungen wie heute, das können sollen darf. Ich weiß, diese vielen Hilfsverben klingen komisch, das könnte vielleicht doch ein gemeinsames Anliegen sein. Warum soll man das verbieten? Ich beneide da die englische Sprache, weil Sie haben die Unterscheidung zwischen Gender und Sex. Ich denke, auf biologische Weise haben wir halt einmal Mann und Frau, ja, idealerweise auch für die Fortpflanzung. Also ich bin ja froh, dass in verwirrten Zeiten dann manche Dinge dann doch ziemlich eindeutig sind, wohl wissend, dass es natürlich auch in diesen Fragen Ausnahmen gibt. Die Natur hat ja viele Spielarten, aber im Bereich des Gender, ja, also ich bin jetzt als Frau, muss ich sagen, auch immer wieder irritiert, wenn mich Männer sagen, so wie sie argumentieren und denken, sie denken ja wie ein Mann. Das irritiert mich dann schon ein bisschen, weil ich hatte eigentlich noch nie Probleme mit meiner biologischen Zugehörigkeit zum Glück. Ich habe auch als Kind sehr gern Fußball gespielt, das hat niemanden interessiert und ich war wegen dem noch nicht in einer Identitätskrise, dass mich meine Volksschullehrer gefragt hätten, bist du dir sicher, dass du ein Mädchen bist? Also das hat man damals etwas entspannter gesehen. So, jetzt wird Hans-Undrich Gumbrecht, der ein großer Fußball-Fan ist, natürlich das Herz aufgegangen sein, aber mehr können wir heute nicht leisten in dieser Sonntagsrunde am 21. Januar 2024. Das war's. Ich danke ganz herzlich Gudula Walterskirchen, Marc Friedrich und Hans-Undrich Gumbrecht für die angeregte Diskussion. Wir schleichen uns jetzt auf dieser Slippery Slope wie auf rohen Eiern zum Ausgang. Die Gesprächsleitung hatte Burkhard Müller-Undrich und er wünscht Ihnen allen einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.